Rekordarbeitslosigkeit, Bleitewelle, Chaos und Verwirrung. Der schwarz-grüne Corona-Wahnsinn hat unser Land in eine schwere Krise gestürzt. Auch im Gesundheitsbereich gibt es derzeit massive Missstände. Es gibt leider sehr, sehr viele Menschen, die die Behandlung, die sie gebraucht hätten, nicht bekommen haben in dieser Zeit. Und wir haben Gott sei Dank Dr. Reinhard Warneck gewinnen können, der sich um diese Opfer kümmern wird. Wir lassen die Österreicher nicht im Stich und kämpfen gemeinsam gegen diesen schwarz-grünen Corona-Wahnsinn an. Als überparteilicher Ombudsmann wird der erfahrene Mediziner Dr. Reinhard Warneck den Opfern der Corona-Krise dabei helfen, ihr Recht durchzusetzen. Man kann sich an ihn wenden und er berät die Menschen und hilft ihnen weiter auf diesem Weg zu ihrem Recht. Es ist anzunehmen, dass viele Menschen zum Teil auf der Strecke bleiben mit ihren Ängsten oder sich nicht trauen zum Arzt zu gehen. Und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Dafür ist der Ombudsmann da. Natürlich gibt es Operationen, die verschoben wurden und jetzt muss man das aufarbeiten. Und auch hier ist es notwendig, dass man die entsprechende Unterstützung kriegt, um Termine zu bekommen. Wir sind für Sie da, wenn Sie Hilfe brauchen. Schreiben Sie uns einfach ein E-Mail mit Ihrem Anliegen an coronahilfe.at und wir werden gemeinsam mit Ihnen eine Lösung suchen. Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Der Corona-Wahnsinn nimmt wieder irrsinnig Fahrt auf jetzt, wo die Regierung aus der Sommerpause zurückkehrt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf jeder Ebene uns hinter die Bevölkerung stehen und dass die Bevölkerung auch gemeinsam mit uns die Petition coronawahnsinn.at gemeinsam unterstützt. Musik 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 Musik